Bei Bewusstsein tierisch einfach geht es tatsächlich um alles was mit Bewusstsein zu tun hat und es wird dir tierisch einfach gemacht zu diesem Bewusstsein zu kommen. Und was heißt es bewusst zu sein? Bewusstsein ist tatsächlich das was alles inkludiert und nichts bewertet. Und wie wäre es wenn es in deinem Leben darum geht keine Bewertungen mehr zu haben? Egal was los ist in deinem Leben, auch wenn es da mal total schief läuft, wie wäre es wenn du die Bewertung auch über dich selber aufgibst? Und tierisch einfach weil die Werkzeuge sind so einfach und du kannst sie jederzeit benutzen. Du musst dich nicht zu Hause verstecken und sie üben, sondern du kannst sie auch beim Autofahren anwenden. Das spielt gar keine Rolle. Und tierisch weil es ein Wortspiel ist, weil ich so gerne auch immer Tiere und die Natur in alles mit einbeziehe. Von daher alles bei mir kommt immer wieder aufs Tier. Also ich hoffe du kommst mit, du bist dabei. Bis bald!